einen besinnlichen 5 dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner kreativwerkstatt schön dass du dabei bist ich bin angela von der stempel familie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen adventskalender jeden abend im advent zeige ich dir eine sterne gebastelt wie du fast immer schnell nachbasteln und anschließend gibt es die sterne des tages ja heute ist der zweite advent habe auch zwei lichter an wahrerweise kein echtes licht weil mit papier das mir viel zu gefährlich und heute gibt es bei mir nicht tee sondern kaffee adventskaffee es fehlt noch kuchen oder plätzchen oder so bin ich gar nicht so der krieg für okay wir öffnen heute die box vom 5 dezember aus meinen 24 adventskalender boxen serie das ist heute eine facetten box die anleitung verlinke ich dir wieder rechts oben gleich mal dahin rechts oben genau ich denke es steht rechts genau was ist denn da drin da sind zwei alte stempel drin also richtig alte abgenutzte benutzt ohne ende na die werde ich doch heute gleich wieder verwenden okay meine kreative idee heute ist mein advents tagebuch und das ist nicht genug ich zeigte wie ich das gemacht habe bis jetzt wie ich das innen ausgestaltet und dabei zeige ich dir auch noch die maskiertechnik beziehungsweise schabloniertechnik auf verschiedene arten beziehungsweise wie man damit gestalten kann so das heißt ich mache mein advents tagebuch auf und das mache ich ja diesjahr dafür dass ich in der adventszeit mehr chile also wird heute geschild und tagebuch gestaltet ich zeig dir mal wie weit ich bin ist ja nur jeder ein bisschen anders bei der innen ausgestaltung also ich mag das mal so außen schaut so aus ganz einfach und schlicht krachige rot habe ich jetzt am ende gewählt ist jetzt so und innen habe ich mehr mit lodengrün gearbeitet bist du schon mal die seite vom ersten advent an vom ersten dezember da gibt es zu sehen was mir wichtig war an dem tag den spruch des tages habe ich irgendwo das was wir hier im video basteln habe ich für mich vermerkt ein schönes erlebnis zum beispiel am ersten gab es abends eine weihnachtsfeier im team wo ich auch dazu gehöre im team hobby company am montag gibt es übrigens meine team weihnachtsfeier mit meinem team stempel familie ich bin schon ganz gespannt 2 2 2 dezember die bastel ideen hier ist einfach da kann man was reinstecken da steht advent 21 im norden gab es den ersten schnee ja so war das bei uns ja von gestern vorgestern vorgestern freitag den stern den kleineren den habe ich hier und als idee noch mal eine sacke mit dem weiß wie man die faltet von gestern da muss noch ein bisschen nacharbeiten aber den spruch des tages abends aus dem adventskalender fand ich schon ganz toll den habe ich hier unten schon mal reingeschrieben und heute die zweiter zweiter advent 5 dezember da schreibe ich mir mal gleich dazu weil wie ich mich kenne vergesse ich das tausendmal denkt was bin ich auf seite 2 immer noch eine 5 rein und dezember schreibe ich mir schon hier fünfter zwölfter an den stern das ist auch immer ganz nett mache ich später weiter denn ich will ja ja nicht zwischendurch auch was und zwar wie gestalte ich diese seiten so sieht das aus wir hier vorne gesehen hast über also eine grundgestaltung und die zeige ich dir jetzt mal an der nächste seite das so wie habe ich die seiten gestaltet sein das ist so ein leppurell und dann haben wir einmal die eine seite beschreiben und dann sehen was um und beschreiben die rückseiten und das ganze ist in einem umschlag auf vier blätter genommen und habe da an der einen seite bei einem zentimeter gefällt dann bei 15 und bei 29 zentimeter und habe dadurch diese klebeflächen wo ich dann die seiten leppurelloförmig aneinander klebe 0,7 die hier übrig sind kannst du fast immer abschneiden bis auf die eine ist das einmal wo praktisch vorn und hinten geklebt wird nämlich beim titel da habe ich dann noch mal komplett angeklebt mittelfall angelegt wand dazwischen und fertig ist man hinten jetzt immer noch ergänzen natürlich aber jetzt fangen wir mal an ich zeige dir wie ich diese seiten gestaltet maskiertechnik haben wir ja schon öfter gemacht heute trotzdem noch mal gezeigt hier ist es so dass wir natürlich immer das was nicht eingefärbt werden soll irgendwie abdecken muss ich habe mir eine schablone angelegt heißt ja maskiert das ist praktisch meine maske hier würde ich hier auflegen schon mal ich habe da verschiedene stanzformen ausgestanzt jetzt sieht man und die habe ich mir hier auch noch mal aufgehoben hier drinnen sind die ausstattung ja und wie mache ich das jetzt ich nehme jetzt zum beispiel dass ich immer ganz gut macht weil das ist so eine farbe die ist vorhanden aber trägt nicht so ab drauf das ist schiefer grau zum beispiel habe ich hier dieses kleine finger schwämmchen es geht auch natürlich mit dem blending pinseln beim finger schwämmchen kann ich nur gerade hier bei dieser sache ganz gut an der seite zum beispiel arbeiten ich habe mir meine fläche kleiner zugeschnitten als das blatt und habe dadurch so eine mattung die ich außen auflegen kann also die praktisch außen jedes mal anbringen wort in die außen an die hier mal ganz locker ringsherum das sind so die stellen wo man ein bisschen genauer gucken muss weil auf der anderen seite ist ja eine farbe das ist nicht verrutscht ich will auch nicht immer stets und ständig alle fans felder anlegen aber hier eben schon eine seite man ist im meer weniger dieses feld möchte ich haben die anderen lasse ich mal weg aber die sterne mache ich noch in den einen stern hier kommt man eine große zahl rein ich mir überlegt die kann ich immer anders gestalten mal in römischen zahlen strichen mal in kreisen und punkten mal sehen was mir da noch so ein feld und schon habe ich diese grundgestaltung auf meinen hat warum habe ich mir die form aufgehoben und einfach zum beispiel diese form einmal abwischen weil ich benutze die ja beidseitig wie du schon gesehen hast lege hier auf und jetzt nehme ich mir das stempel set entweder finde ich es oder ich finde das klein moment und zwar hier das wäre wer sie mit dem großen schriftblock setze ich hier drauf auf dem blog und jetzt maskiere ich praktisch andersrum nicht den ersten abdruck aber den zweiten hier oben passiert noch nichts aber hier wirklich meine mein feld auf und kann jetzt praktisch so stempeln dass das feld ohne schrift bleibt und das ist nicht die übung des ganzen und hier oben bei den sternen schaue ich mal richtig gestalten über den natürlich auch mehr haben bei den anderen das ist nicht schon wieder nicht so sehr aber den möchte ich hier leer haben auf und fertig ist das so ist einfach die grundgestaltung und dann kann ich eben außen drauf weiter gestalten wie ich mir das denke das wäre jetzt die seite für morgen nikolaus kommt bestimmt noch ein stiefel irgendwo drauf dann habe ich mir das hier wieder schon ein und so sind meine schon immer gebraucht liegt dass man da hin ich glaube ich habe noch eine idee mit der schablone nämlich heute ich hatte letztens mal diese technik schon gezeigt und habe mit ganz vielen sternen gearbeitet farbig und auch das ist praktisch die maskierte technik mit der bouquet technik zusammen und das machen wir jetzt mal weiter und dann nehme ich hier mal die blending pinsel ich arbeite mich mal mit welt weiter da habe ich das kürbis gelb wobei stopp 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 nehme ich das kürbis gelb ich sehe das papa ja was ja gar nicht so richtig gelb ist aber doch wieder so ein helles orange würde ich sagen da ich das hier drüben habe wenn ich das jetzt hier auch haben und da ich mal schnell meine sterne und man gucken ob ich die kanten drin haben möchte oder er nicht also schabonniere ich hier richtig viele sterne drauf eine schöne technik mit der man lange und mehr arbeiten können ich will ja eigentlich nicht zwingend diese kanten drauf kriegen also muss ich vorsichtig man muss das nicht mit diesen folien klar sich folien machen man kann natürlich auch hier nehmen schon mal so sehen meine gewünschten schablonen gerne aus und hier muss um nehmen das ist jetzt einfach eine sache wie viele sterne nicht drauf haben welche will ich drauf haben große und kleine wieso sich das so abzeichnen das ist eine seite die ganz anders als die anderen seiten und gestaltet diese technik ok goldene sterne also paria farben sterne nehmen wir noch mal hier das tut rot rot pinsel sterne schablone geht weiter und die sterne überlagern sich hier so ein bisschen sonst einfach ein buntes sternen bild werden noch ein bisschen gucken mit so rot tönen das ist nicht rosa wird es sei denn man mag rosa dann muss es natürlich rosa werden ich mag das ja nicht so wie wir wissen weiter geht's und dann setze ich zum schluss am besten noch einen grünen ton drauf und dann nehmen wir hier das seeladon weil da flogen werden wir dann doch zu dunkel ja auch für solche alben und greppo ging und hast du nicht gesehen kann man wunderbar auch die stempeln breitmarker verwenden aber das loden grünen muss mal nachgefüllt werden sie ist schon aber ein bisschen dunkel klima das warum nenne ich das chillen weil das ist ja nur einfach vor sich hinsitzen und gestalten und schöne sachen denken ein bisschen runterfahren würde man nicht einer sagen mit dem wort chillen wirklich ausgelastet oben noch so ein bisschen adventssonntage bieten sich ja eigentlich dazu an dass man entspannt aber hinten noch warum nicht so und dann ist aber auch schon gut und dann arbeiten wir noch mal mit bokeh und damit wird das hinbekommen ich mir das gerade mal angeschaut würde ich sagen nehme ich noch einmal das seladon quatsch papaya und gehe damit so ein bisschen vom rand anfang auf die stellen wobei es ist weil wir wollen ja mit bokeh arbeiten also das sind ja von so von begriff her glaube ich kommt das von in der fotografie ja so wie so weiße blasen auf dem bild oder habe ich nicht noch mal neu geschaut aber das wäre jetzt so meine meine grundidee zu dem thema so kann man das und jetzt brauchen wir weiße blasen und ich sehe gerade frage ist ob wir weiße blasen nehmen oder weiße sterne sind ja schon fast jemand der gerne weiße sterne hätte aber wir machen ja wir machen weiße blasen wir wollen ja mit sternen basteln ok was nehmen wir für das weiß dann gibt es hier dieses fluss verweis 1 wo es noch flüstert das tempel ab dort ist ein stempel kissen und da gibt es eine nachfülle farbe dazu da nehme ich meine schablone mit der ich sowas schon viel gemacht habe also wir haben es erst mal so oder fast ein foto zwischen machen kann aber mein fotoapparat woanders also später schneiden wir das aus dem video jetzt nehme ich meine schablone dann nehme ich das weiße stempel kissen und da ist es durchaus so dass man hin und wieder farbe nachfüllen muss ich schon mal wie gut das ist und jetzt topfe ich einfach diese sterne hier meine schablone hergibt einmal quer übers blatt und das ist eine sache und kann man auch wiederholen die intensiver man das haben möchte umso länger muss man tupfen ohne gut fest und topfe wie gesagt auf notfalls wieder nachlegen die schablone aber ich bin ja ganz gut am halten so siehst wie wir sehen sehen sie nichts ich tupfe noch mal los jetzt müsste man das immer so ein bisschen zwischen trocknen lassen damit man nicht beim nächsten tupfen die habe die schon drauf ist wieder runter zieht aber ich glaube den effekt siehst du trotzdem gut und wenn dass ich das dann später noch mal nach arbeit hätte so ist das ja so dort ist ja wieder so dass ich das nicht zusammen schneiden werde das heißt die tollen stempel die ich da heute aus meiner kiste geholt habe die kann ich dir gar nicht zeigen wie ich die anwende hier die alten stempel ich zeige dir das gleich noch mal auf der seite 1 so ich heb das mal ab ich werde das nachher noch mal nacht aber ich halte es mal hoch und du siehst jetzt zwischen den bunten sternen sind die weißen sterne und wie gesagt wenn das nachher noch mal getrocknet ist kriegt das noch eine dritte schicht oben drauf lege meine schablone dann einfach wieder drauf hier ist einer der hat wirklich nur eine schicht gekriegt ja und damit habe ich dann okay effekt hinbekommen nämlich ab wie gesagt ich mache später noch mal nach und zeigt ist dann an einem der abende und was ich mit den stempeln mache ich drauf nur halb drauf das zeige ich dir hier im ersten advent da siehst du hier die kerzen habe ich hingestempelt und hier oben advent und vielleicht gibt es ja auch noch mal ein bild für einen kaffee mal gucken aber das ist meine bunte seite für den zweiten dezember das war das was ich dir heute zeigen wollte meine idee und jetzt viel zur gemütlichen stimmung und keks war ja nicht gut kaffee und dann kommen wir zu den wichtigsten des tages nämlich den sternen die hole ich mir mal hier rüber pause schon mal auf ich mache hier oben das müssen wegen überlegen ist auch ein schönes wort an der stelle der spruch des tages meine schablonen sind hoffentlich fast alle wieder da wo sie hingehen spruch der igbo eine afrikanische minderheit ich kopiere wieder den ganzen zettel für mich wahrscheinlich bei den wörtern da unten tausend mal verhaspelt ok also der spruch es ist besser das zu überschlafen was du zu tun beabsichtigt als dich von dem wachhalten zu lassen was du getan hast wie war wie war es ist besser das zu überschlafen was du zu tun mit absichtigt heißt dich von dem wach zu halten zu lassen was du getan hast ja kann man so unterschreiben das haben wir alles wahrscheinlich schon praktische erfahrungen damit ok der wird ganz bestimmt hier auf meinen sternen event auf meine sternen seite gesetzt ja jetzt aber die sterne des tages kommen heute von karin aus neukirchen flütt von hildegard grad ist neu dabei aus lander königshofen das ist in baden württemberg ich habe extra noch mal geguckt eben und gritt aus chemnitz in sachsen und lange dabei ähnlich wie karin übrigens und von petra aus kreuz tal petra ist meine heimliche upcycling queen ist also auch schon sehr lange dabei schön dass ihr wieder dabei sein so dann schauen wir mal von karin aus neukirchen neukirchen flütt ist eine karte für mich mit netten grüßen für mich aber ein schöner spruch und ein noch schöneres bild hier schau mal für die malitiven fans unter uns und dieser stern in dieser schönen stern verpackung sehen wir schon mal hier das ist witzig so geht er auf und so geht er wieder zu zu viel rumgespielt jetzt so geht dazu super und jetzt kommt stern schöner geprägter teelicht stern genau er sieht total edel aus und davon ein paar sterne auf das grüne advents gesteck was super auch viel passender als der stern den ich am freitag gezeigt habe weil grün ist natürlich offen gesteckt du weißt es wenn sie sagen ein logo aber knapp daneben also dieser silberne stern wunderbar toll die anleitung dafür wenn du magst kann ich dir sogar verlinken hat den mal hier so wunderschön rein jetzt kommt der stern von hildegard hildegard hat uns diesen feinen stern gemacht zwar ein denn dieser bestickten kante also geprägt und ganz und ein anbaum drin da sind so goldblaulich schimmernde kugeln dran sterne noch mal außen dieser feine stern hildegard hier seht ihr praktikabel das gleich was sie ausgestanzt hat würde ich sagen ist außen dann wieder drauf jetzt der stern von gritt man gibt es hier draußen die netten pinguine und für mich hier so eine schöne karte dran aber gilt eigentlich für alle weil ihr habt ja alle mit gebastelt spreche jetzt die fast 90 leute an die dabei sind an unserem stern und postadventskalender und da gibt es diesen kleinen aber feinen gestanzten filigranen stern beidseitig mit dieser tollen stanzung holzkugel oben dran mannett aus dieser stern von gritt ein pinguin hier gleich dazu das ist kein pinguin ich weiß aber nicht wie er heißt sagt ich habe es vergessen so und jetzt kommt von petra aus kreuzzahl und zwar petra hat eine ganz besondere technik upcycling habe ich ja sowieso schon gesagt aber es gibt bei petra ganz oft hier diese tolle das tolle basteln mit papier draht da seht ihr ist es im kalender bunt gemischt gibt es einen engel voll gemacht schön gestaltet dann nehmen wir hier mal auf dem upcycling brief aus zeitungspapier das waren die sterne des tages ja ich hoffe ihr hattet einen schönen zweiten advent ich hatte einen schönen zweiten advent ich wünsche euch jetzt noch einen besinnlichen abend einer tipp schuhe putzen nicht vergessen morgen ist ja der 6 dezember und dann sehen wir uns morgen abend wieder hoffe ich ihr reich beschenkt mit sauberen schuhen und ich mal schauen ich wünsche euch einen schönen abend bis morgen ich freue mich auf euch eure angela von der stempel von kreativität verbindet glaubst du nicht was haben petra aus kreuzzahl regitta aus österreich oder irntraut aus neumünster gemeinsam eigentlich nichts und doch so viel wie und viele andere waren in diesem jahr wieder dabei und haben sterne und adventsdeko gebastelt jeder 25 mal den gleichen stern seit 2015 lade ich schon dazu ein gemeinsam mit mir kreativ zu werden und mir selbst gebastelte sterne zu schicken geklebt geprägt gestanzt geklöppelt aus papier filz wolle draht egal wie jeden stern einzeln verpackt in einem umschlag dieses jahr gab es wieder über 80 teilnehmerinnen entstanden sind 96 sternen post adventskalender hier werden dann alle sterne neu sortiert umgepackt und an die fleißigen sternenbastlerinnen zurück gesendet so entsteht kreative adventsfreude glück und zufriedenheit bei allen teilnehmerinnen im besten fall also stimmt es kreativität verbindet auch in diesem jahr euch allen eine besinnliche kreative adventsfreude Untertitelung des ZDF, 2020